ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen testvideo hier auf meinem kleinen youtube kanal schön dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim atzenberger zuschaut denn heute gibt es das hier bei mir schaut noch was ich schönes besorgt habe aus dänemark haben wir von kaletti den jule mix am start jawohl das ist hier so eine weihnachtsmischung sage ich jetzt einfach mal dazu aus fruchtgummi schaumzucker und so dragees sind hier in der tüte drin wenn wir jetzt gleich mal gucken wie das ganze schmeckt und welche geschmacks richtungen dabei sind okay gut dann würde ich sagen wie immer wir fangen sofort an denn ihr wisst genau auf meinem kanal geht es nur um eins und das ist so bleibt der geschmack also bitte immer auf damit und raus damit jawohl jede menge zeug dabei na gut ich würde jetzt mal ein bisschen sortieren und dann werden wir probieren so schon geht es weiter wie ihr sehen könnt habe ich jetzt von jeder sorte einfach mal zwei stück entnommen in dem beutel sind 350 gramm drin das wäre jetzt ein bisschen viel gewesen das ganze hier auf dem testteller zu platzieren und zu sortieren deswegen machen wir es jetzt einfach mal so wir beginnen hier mit diesen schaumzucker glocken kennt man ja schaumzucker ganz weich das ganze und ich probiere die erste sorte schon mal super hat einen schönen intensiven vanille geschmack also du kannst gerne weitergehen ich probiere jetzt auch mal die zweite schaumzucker sorte mal sehen ob die jetzt ähnlich oder gleich schmeckt und jetzt in anderen geschmack ich denke was geht so in die erdbeer oder himbeer richtung auf jeden fall ziemlich fruchtig auch die sorte schmeckt mir gut dann sind wir schon bei der nächsten angekommen jetzt haben wir hier ein fruchtgummi ok dritte sorte geht es auch so in die erdbeer richtung würde ich sagen ist allerdings nicht so geschmacksintensiv wie man das von anderen frucht gummies kennt bisschen schade gucken wir direkt mal weiter mit der gelben sorte hier ja das zweite fruchtgummi war jetzt geschmacks intensiver konnte man sofort raus schmecken dass es sich hier um zitrone handelt dann sind wir schon bei der grünen sorte angekommen die ist jetzt leider wieder ein bisschen schwieriger zu identifizieren also ich würde jetzt einfach mal auf apfel tippen auch wegen der farbe aber schmeckt man jetzt nicht wirklich raus ist einfach nur fruchtig hätte besser sein können sag ich jetzt einfach mal und dann sind wir auch schon beim letzten angekommen ist dann hier diese rasch ist die schauen dann so von innen aus nachdem man die durchgebissen hat also hier eine ziemlich süße zuckerschicht außen herum und innen hat man dann so ein leichten lakritz geschmack ist allerdings kein starkes lakritz relativ würzig aber ganz ehrlich besonders lecker finde ich es jetzt nicht ja schade und dann sind wir jetzt auch schon durch wir haben alles probiert ich zeige euch jetzt die rückseite der verpackung mit den zutaten der nährwerten und da gibt es meine bewertung ja was machen wir jetzt mit der sorte hier also es tut mir auch ein bisschen leid aber mehr wie einen daumen nach oben kann ich jetzt dafür leider nicht vergeben ja am besten weil es noch das schaumzucker muss ich ganz ehrlich sagen fruchtgummi war ganz okay aber ja bei weitem kein highlight ja und das drage was dabei gewesen ist also auch nicht besonders lecker wie ich finde also ich sag mal so durchschnittlich für mich das ganze kann man essen aber für drei euro 19 würde ich jetzt diesen mix nicht noch mal kaufen könnt natürlich gerne mal selbst probieren schreibt mir dann gerne was dazu in den kommentare wie es euch geschmeckt hat na gut dann war es das schon wieder mit meinem kleinen test video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst gerne ein like und ein kommentar da ich bedanke mich fürs zuschauen macht's gut und bis zum nächsten video sagt euer atzenberger